2018 war ohne frage eine zäsur und der anfang vom ende der ära merkel gibt ja experten die behaupten die frau muss die kanzlerschaft schon bald an akk abgeben und was bleibt von angela merkel zehn jahre aufschwung oder das 20 prozent der deutschen von diesem aufschwung original nichts hatten ja sie ist ja eine pragmatische uneitle person und ich freue mich jetzt schon auf ihre große emotionale abschiedsrede im kanzleramt so jetzt hoffe ich dass ich einigermaßen alles gemacht habe ja danke so stelle ich mir vor wird super wird super und was kriegt eine frau zum abschied die eigentlich schon alles hat na genau ein lied seit 13 jahren warst du immer da was für unser land so viel nicht getan die schulen sind schlecht und die brücken erst recht wo ich in deutschland doch stehe ich habe selten 3g nach all den jahren der lethargie sagst du fickt euch ins knie vermissen wird dich die auto industrie brüssel hasst dich wie die pest beim thema abgas test juncker hat sich vor angst ein und du kannst jetzt mal regier Denn unsere nächste Wahl, die ist für dich doch komplett egal. Hau doch Kohle raus in Bahn für arme Kinder und die Bahn. Dann kannst du mit dem Zug in die Okermark fahren. Jene Pütz und das Collegium Musicum der Uni Köln meine Damen und Herren. Und das war's von uns, jetzt kommt Bülmermanns perfekte Weihnachten. Frohes Fest, wir sehen uns wieder am 1. Februar. Bis dahin, schönen Abend, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020